It's a fucking nightmare, you bitch! So in den letzten 20 Spielen ungefähr so ein paar Highlights rausschitten, wo ich mir einfach dachte, Jungs, was ist da los? Ich mein's ernst, also, es war manchmal sehr lustig, bei manchen hört man sogar meine Stimme, manche nicht. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, es gefällt euch, ja, wenn ja, lasst am Ende einen Daumen nach oben da, yo, haut rein, Leute, wir sehen uns dann einfach irgendwann wieder, ciao! Ja, ich spiele jetzt defensiv und auf Konter. Ist das so hart? Ey, das ist wieder mal so ein Huren, mein Tor, mein Tor wird so dumm. Ey, Junge, ey, hört doch auf mich zu verarschen, ey, die fascht mich, ey, ey, ihr hasst mich, ihr hasst mich einfach. Is das so eurer Ernst? Was ist das wieder für ein Tor? Was ist das schon wieder für ein Tor?! они! Die das Tor machen! Tasket page! Mach ihn! Mach ihn! Wie kann man das nicht machen? Ey Junge bist du dumm! Jürgen macht du Wussball spielen gelernt! Ey das ist so unlogisch! Ey! Ey das ist wieder so ein Grund! Es ist gegen die Latte! Ey V.A. will mich verarschen! Ey Belarabi ist wieder zu dumm ein Tor zu machen! Ey kann der nicht klappen oder was mit dem los? Ja kein richtiger Druck! Ich glaube Kies oder? Oder? Hütteler! Ein unfassbares Tor! Jetzt wird es richtig eng für Sie! Sie liegen zurück! Dabei brauchen Sie eigentlich einen Sieg für den Kassenhal. Jetzt müssen Sie alles raushauen was noch drin ist! Noch ist das Ding nicht verloren! Irgendwann! Irgendwann! Da kommt der Schuss! Was? Ey was ist das? Junge! Du bist Profi du Fettsack! Ey der ist zu dumm! Das ist ein Fault! Das ist ein Fault! Schmelzer! Gut gespielt! Ist das die Schuss? Da war mehr drin! Es gibt Abstoß! Jetzt ist die Kugel weg! Wird das jetzt gefährlich? Schuss! Was ist das? Was? Ey ist das dumm! Wo ist das? Wo ist das? Ey ist das dumm! Ist das dumm! Ey ist das dumm! Ey ist das schlechstensschießen! Ey nee! Nee! Ey nee! Mach der ihn! Super gemacht vom Torwart! Tja, wenn es drauf ankommt scheinen ihm die Nerven zu versagen. Und irgendwie kann ich das auch verstehen. Das hier ist kein normales Spiel, keine normale Situation. So Leute! Das war's auch schon vom Video! Ich hoffe euch hat's gefallen! Wenn ja, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da! Und ja, ich würde sagen, haut rein Leute! Bis zum nächsten Mal! Euer Pleaser Squad!